Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu einer kleinen Runde Minecraft. Meine lieben Leute, wir sind hier... Keine Ahnung, keine Ahnung, was ich jetzt wollte. Ich bin auch super drauf, ne? Hä? Was war denn das jetzt? So, ich muss nochmal gucken. Ja, einfach, perfekt. Heute wollen wir mal eine Höhle erkunden wieder. Ganz alleine. So, Rüstung sieht noch gut aus. Halbbarkeit und Glück. Halbbarkeit und Glück. Ich finde ja schon mal super aus. Ein paar Spitzhacken. Ach nö, passt eigentlich so. Ich habe noch zwei. Ich könnte mir ja noch eine machen oder drei Stück. So, damit die Stücke hier mal weg sind. So. Fülle ich meinen Fackelvorrat auch noch ein bisschen auf. Auch wenn es nicht viel ist. Zack, um vier Stücken. So, ein bisschen Kohle haben wir hier auch gebacken. Ja, heute gehen wir in eine Höhle. Deswegen tun wir uns da mal zusammen. So. Fürs Erste, ich muss erstmal die zwei... Halbbarkeit und Glück. Halbbarkeit und Glück. Die beiden versuche ich nochmal zu reparieren. Dass das, ja, ein bisschen mehr wird. Ja, heute die Aufnahme nach der Games kommt. Ich bin alle super. Dann haben wir ja ein bisschen was zu reden. Ich habe ja ein paar Spiele, habe ich ausprobiert. Ein paar wenige, ein paar mehr. Zum Beispiel FIFA 15, da rede ich zwar in Ultimate Team nochmal drüber, aber da können wir auch nochmal dran ansetzen. Also, es fühlt sich um einiges echter an. Muss man einfach mal so behaupten. So, Haltbarkeit bleibt eigentlich gleich. Kostet 26. Das kostet 32 Erfahrungspunkte. Dann mache ich das lieber mit einer Spitzhacke. Dann kostet das ein bisschen weniger. Und die ist wieder fresh am Start. Und hier... Boah, das kostet gleich mal 33. Ja, nicht unbedingt billig. Und das kostet 31. Ja, dann lasse ich die mal so. Muss ja auch nicht sein, dass ich jetzt da total OP bin. Ähm, jedenfalls, ähm... FIFA 15 angezockt. Es fühlt sich echter an. Der Gang... Ähm... Trikots können dreckig werden und so ein Zeug. Finde ich atmosphäre-technisch echt geil. Also, das hat sicher, äh, was für sich. Auf jeden Fall. Und natürlich... Ja, wie soll man sagen? Ist natürlich die, die... Na? Braucht was zum Essen. Ähm... Ähm... Grafik-technisch hat sich jetzt nicht viel getan. Vielleicht minimal. Aber... Ja, die Atmosphäre, die macht es halt einfach. Dass ich hier... Ja, dass man sagen kann, ja, die... Das Spiel passt mal wieder. Das kommt auch wieder. Und muss auch wieder gespielt werden. Weil sonst wäre es ja langweilig. So. So, wo habe ich meinen Kompass versteckt? Weil den brauche ich jetzt auch mal. Ich habe dann auch noch, äh... Wie heißt es? The Evil Within ausprobiert. Ähm... Nettes Horror-Spielchen. Macht Spaß. Und... Uhu... Ich habe ja eh so viele Spitzhacken. Wieso mache ich mir denn so viele? Das ist jetzt die Frage. Äh... Ja. Äh... Nettes Horror-Spielchen. Hat Spaß gemacht. Ähm... Ein bisschen kurz zum Zocken. Ein Rätsel habe ich gesehen. Mehr nicht. Aber... Nichtsdestotrotz kann man sagen, ja... Das war was wert. Ich habe doch irgendwann mal irgendwo einen Kompass gehabt. Wo ist denn der hingekommen? Kann mir das einer sagen, wo der hingekommen ist? Wo ich den, äh... Glorreicherweise hingepackt habe. Ach, den habe ich, glaube ich, in der Spalte noch. Ah, genau. Bei der Spalte habe ich den dort. So. Ähm... Nettes Horror-Spielchen mit ein paar Rätseln. Ein bisschen Shooter. Ja. Ein bisschen Horror. Macht Spaß. Macht Laune. Hat auch... Gute Ansätze. Also, ich habe mich nicht gegruselt. Mein Kumpel, den ich dabei hatte. Der hat sich gegruselt. Ein bisschen zumindest. Er hat sich erschrocken. Und... Ja. Hat ihm gefallen. So. The Crew. Habe ich auch noch ausprobiert. Ähm... Muss ich sagen. Mäh. Ist jetzt nicht unbedingt... Das, was ich mir von einem Arcade-Rennspiel... Ich nenne es jetzt einfach mal Arcade-Rennspiel. Weil... Äh... Arcade-mäßig passt da am besten. Äh... Ist halt was wie Nie for Speed. Online hauptsächlich ausgelegt. Aber was mich halt ungemein stört, ist halt der Windschatten. Es ist kein Windschatten vorhanden. Da kannst du sechs Minuten hinter jemanden herfahren und überholst den nicht, weil du einfach keinen Windschatten hast. Was ich ein bisschen schade finde. Weil... Das wäre schon ein bisschen von Nöten gewesen, dass man das da mit reinpackt. Aber vielleicht kommt es ja noch. Ich glaube es zwar nicht, weil es ja schon ziemlich weit fortgeschritten ist. Finde ich schade. Vertan ist Potenzial einfach mal. Vertan ist Potenzial. Das eventuell Nie for Speed den Rang hätte ablaufen können. So ist es eigentlich ein grundsolides Spiel. Nichts Außergewöhnliches. Nichts Innovatives. Aber grundsolide halt eben. Nur mich stört halt wirklich das mit dem Windschatten. Und das ist für mich der ausschlaggebende Grund, dass ich sage, ne. Mh, mh, nö. So, Far Cry 4 habe ich auch ausprobiert. Ja, da habe ich ja noch einen Kompass. Super. Ähm, habe ich ausprobiert. Muss ich sagen. War schön. Also optisch recht geil. Ähm, was leider blöd war. Aber die Mission, was wir spielen durften, war halt schon auf der E3 als Trailer zu sehen. Also wusste man schon im Groben, was man zu tun hat. Ist natürlich ein bisschen schade, aber so ein geiler Shooter. Ähm, macht Spaß, macht Freude. Und so einfach wie, so wie Far Cry einfach sein muss. Macht zwar nicht vieles neu, aber er findet das Rad nicht neu. Ist aber schön. Ja, kann man sich echt antun. Werde ich vielleicht machen. Werde ich mir angucken oder auch nicht. Weiß ich noch nicht. Mal sehen, wie es zeitmäßig so hingeht. Und was noch für andere Projekte am Start sind. Das wird die Zukunft zeigen. Ist klar, ist klar. So, was habe ich noch ausprobiert? Ähm. Assassin's Creed Roach habe ich ausprobiert. Muss man ja sagen, es ist ja, es sind ja zweimal Assassin's Creed vorgestellt worden. Antility und Roach. Roach ist der Ableger für die alten Konsolen. Xbox 360 und PS3. Finde ich eigentlich recht cool, dass sie da einen extra Ableger machen, damit, ja, wie soll man sagen, die, die nicht so eine gute Leistung haben, äh, ein gutes Spielerlebnis haben. Aber trotzdem, die nochmal, die, die nicht schenken, Konsolen haben, einfach nicht irgendwo, ja, ein leicht verbessertes Spiel präsentiert bekommen, als die, die die alten Konsolen haben. Finde ich eine nice Idee. Ist auch super. Ist auch angekommen. Was halt an Roach die Sache ist, es hat sich nicht viel verändert zum Vorgänger. Aber, Assassin's Creed, wer es mag, wer es, äh, suchtet ohne Ende, der kann sich gern bedienen, würde ich sagen. Ich bin jetzt nicht so bewandert in den Vorgängern, aber es hat sich schön gespielt. Man hat zwar nur eine Wasserschlacht, also, mit, mit dem Boot spielen können, aber war, war cool, war cool. Und, ja, wie soll ich sagen, war es schon, schon nicht schlecht. Also, mal, da könnte man sich überlegen, irgendwann, Assassin's Creed doch mal anzufangen zu Let's Playen oder einfach mal, uh, privat zu spielen. Hallo, Greeper! So. Boom, wer wird denn hier gleich in die Luft gehen? So, alle mal einsammeln. So, ich mach mir gleich mal wieder Licht. Ich will ja was sehen hier im Dunkeln. So, und natürlich, ich brauch eine Glücksspitzhacke hier in der Hand. So. Äh, 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 was gibt's denn noch so, was in der Gamescom so war, was ich auch gespielt hab. Ich hab dann noch Battlefield Hardline ausprobiert. Ja, ist auch nicht schlecht. Mal wieder was anderes an Spiel, muss man sagen. Nicht immer dasselbe Gedöns, Krieg und, äh, machte mal alle platt. Nö. Hat was Schönes mit Terroristen und Polizisten. Erinnert ein bisschen an, 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 wie soll ich sagen, an, an Counter-Strike. Ist aber, glaube ich, äh, beabsichtigt. Bin ich mir aber natürlich nicht sicher, ob das jetzt beabsichtigt ist oder einfach mal so passiert ist. Kann ja alles sein. Hallo, Greeper! Schon wieder einer. Ich hab hier echt so wenig Erfahrung mittlerweile mit Creepern, weil ich doch mittlerweile sehr oft ohne Monster spiel. Aber heute in der Höhle macht's, glaube ich, mal wieder Fun. So. Äh, äh, Battlefield Hardline. Ja, ein grundsolider Multiplayer-Shooter, wie man einfach kennt. Ähm, macht jetzt nicht viel neu, aber Szenario ist mal wieder was anderes. Also, man kann sich's antun. Schuss, so spielt er sich eigentlich schon recht schön. Huch, hier ist ein Loch. Ein ziemliches Loch. So. Das war jetzt aber nix mit Höhle, ne? Aber absolut nicht. Weil das Ding ist hier erkundet. So, ich kann mir hier ja nochmal eine Treppe bauen. Und kann mal da nach hinten gucken. Sieht aber relativ angenehm aus. Oh, wird doch ein bisschen größer. Da ist ein Zombie. Der versucht zu mir durchzudringen. Schafft er es auch? Nö, er fällt runter. Ist er auch nicht. Fällt der gute Herr einfach mal runter. So, ich hol mir noch ein paar Rohstoffe hier aus der Wand. Ah, da ist er ja wieder. Unser guter Geselle, der hier zu Boden ging. Der hier einfach mal zu Boden ging. So. Mal ausleuchten. Nicht, dass es zu dunkel wird hier. Wär ja auch nix. Muss man ja ein bisschen aufpassen. Die Erfahrungskügelchen würde ich mir aber schon gern holen. So, ein paar Rohstoffe wieder einsammeln. Weil doch einiges drauf geben wird mit der U-Bahn. Das weiß ich jetzt schon. Huch, da ist einer runtergefallen. Mal wieder. Die kommen hier immer rein und fallen hier gleich runter. Finde ich ja auch schön. Wenn die hier gleich runterfallen. Ich bin gerade noch am überlegen, was habe ich noch ausprobiert ans Spielen. So, ich brauche mal mein Schwert. So, weil mich der hier nervt. So, ein paar Erfahrungspunkte noch. Was habe ich denn noch gespielt? Roach habe ich nur... Das dürfte es eigentlich so ziemlich gewesen sein. Ähm... Brrrr... Ja. Ja, glaub schon. Es war aber echt cool. War nicht. Nur, verpiss dich, du kleiner Zombie. Verpiss dich. So. So. Mini-Zombie. Scheißdreckskerl. So. Äh, jedenfalls, äh, 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 war das jetzt nicht das Einzige, was auf der Gamescom so war. Wir haben auch, ähm... Ja. Wie soll man sagen? Mit anderen Let's Playern und so, unseresgleichen abgehangen. Also, die eigene Kanäle haben. Äh, wenn dann mal doch einige Leute. Ich hab mit Dalu-Card bin ich am, äh, war mal grillen zum Bleistift. Und natürlich noch andere Kanäle von der Trouble Town Gang. Fand ich recht cool. Äh, dass sie mich da, wie soll man sagen, mitgeschleift oder mit, mitgehen lassen haben. Muss man ja sagen. Also, ich war ja nur Anhängsel von Julia. Also, hm. Dann ist ja schon mal schön, dass ich da auch mit darf. Ähm, und dann natürlich mit denen den Abend verbringen. So ein bisschen quatschen. Kontakte knüpfen. Ach, ist immer recht schön. Und, ja, da hat man eigentlich eine Rundum-Bespaßung. Abonnententreffen war auch schön. Gut, ähm, ich weiß ja nicht, wie viele Leute probiert haben von euch auf das Abo-Treffen zu kommen oder nicht. Oder, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls, äh, wie viele Leute das eigentlich effektiv kommen wollten. Es aber leider dann doch nicht geschafft haben. Weiß ich nicht. Einer hat's geschafft. Ähm, Robbie Place. Grüß ich auch an dem Zeitpunkt mal. Äh, der hat sich natürlich gefreut. Wie ein Schneekönig über mich gesehen hat. Das finde ich toll. Das war das erste Mal. Und, dass sich jemand so über mich freut. Dass ich zu sehen bin. Also, außer meiner Freundin. Äh, nee, einer von meinen Abonnenten einfach. Dass er mich so mal sieht. Finde ich schön. Kann man nächstes Jahr definitiv auch nochmal anbieten. Äh, ja, würde ich schon sagen. Also, für die, die dieses Jahr nicht konnten, weil sie einfach keine Zeit hatten oder so. Äh, denen... Ja, die müssen nicht traurig sein. Die können, können ja die nächsten Jahre mal versuchen, auf die Gamescom zu kommen, um mich zu treffen. Ist ja Alet kein Problem. Null Probleme. Und natürlich bin ich jetzt, äh, drauf und dran, Alet wieder aufzuholen, was jetzt so liegen geblieben ist. Ja, liegen geblieben kann man jetzt nicht sagen. Was ich jetzt einfach mal wieder alles aufnehme. Natürlich muss das Tausender Special ein bisschen nachhängen. Aber ich glaube, ich schaffe es sogar, bis die Minecraft-Folge rauskommt, dürfte ich es sogar hinbekommen. Warum, dass ich das wieder aufgearbeitet habe. Also, also, dass ich ein Abo-Special gemacht habe. An dem Zeitpunkt. Weil, ihr seid mir ja doch wichtig. Ich bin ja immer noch krampfhaft am Suchen für einen Namen für euch. Also, für meine Community. Ich will da was Spezielles, was Neues. Ich habe auch beim letzten Aufruf schon einen Vorschlag bekommen. Der ist mir aber auch selber schon durch den Sinn gekommen. Muss ich offen und ehrlich sagen. Ähm, MGs. Naja, finde ich jetzt nicht so den Burner. Da geht, glaube ich, noch bessere Sachen. Ich bin ja schon bei mir. Da geht, glaube ich. Ich bin ja schon bei mir. Ich bin ja schon seit Jahren. Außerdemitelt, ich bin ja schon mit mir. Also, das Ganze wird das Tausenderlust. Ich bin ja auch bei mir.